Nö, nö, ist gleich groß. Beides 100er, glaub ich. Hm. Ich denk's. Also müsste beides 100 sein. Okay. Hm. 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 Komisch Kommer hier nicht hoch? Nö Ein Pferd Ein Emo Na hoch Pearl 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 Gute Idee, gell? Habt ihr die Lootboxer genommen? Ne, ist noch einmal da Ist noch einmal da Hier sind ja drei Lootboxen dann Ein Keller und noch ein Versorger Nö, oder? Hm 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 Meine Regi-Spritze ist rausgeflogen Nicht gut Scheiße, hab ich dir jetzt wegen irgendwas getauscht? Oh ne Das ist eine Schwabenbombe dafür Das ist gut Hm Weil ich hab die in der letzten Mission noch gar nicht eingesetzt, ne? Deswegen Wir haben ja gebraucht, wir sind abgaut nur, ne? Deswegen wundert's mich, warum die draußen ist Wahrscheinlich gar nicht dabei gehabt Doch Ja, nicht dabei Wir haben ein Glas voll Fliegen dabei Naja, wurscht Müssen wir halt da rangehen Glas voll Dreck Glas voll Dreck, ja Ich glaub die kämpfen Das leuchtet schon rot auf jeden Fall Sehr gut Könnten zwei Teams hier sein Könnten zwei Teams hier sein Da ist ein Imo Ich mach hier auch nochmal Stacheldrahtfalle hin Ich mach hier einen hin Okay So, da geh ich mal andersherum Und hier im Haupteingang hab ich auch ne Falle Hier vorne läuft das Ja Und da sind die Leute Am Haupteingang ist so ein Ding gemacht Oder wo Chris Ja Das war auf dich, oder? Ja Einer tot Andere ist auch noch irgendwo hier Was ist denn los mit meiner Steuerung? Beetle, oder? Da vorne muss auch noch was sein Und einer muss im Haus reingelaufen sein Die machen wir Stacheldraht auf denen drauf, okay? Mhm Hier gibt's einen Versorger Da ist einer durchgelaufen Gerade hier vorne bei mir Okay Wo waren da die Fallen nochmal Radio? Also da ist einer Blutet Okay Ah, das ist hinten durch Selten in der Mauer Einmal Heilung nehmen Zwei Moment Prima Ich weiß Haben sie alle tot? Wir hatten gekämpft auf jeden Fall Das ist Der wollte mit der Terminus auf mich los Wo war der andere? Hinter der Mauer irgendwo Ah ja Pass auf Okay Ne, ist noch jemand da Und da ist Heilung Oh Gott, ich brauche jetzt drei Heilungen Okay Warum? Also hier sind die Leutchen hier Scheiße D-Jäger, das ist total scheiße Okay, einer tot Hit Nicht getroffen Weiter hinter ist noch was Nicht getroffen Ich habe auch keine Ahnung Wo der jetzt hin ist hier Hey, da war einer Weiß nicht, ob noch einer da ist Die würde ich dann auf jeden Fall mal anzünden Wo war denn der andere? Der liegt auf der Straße hier Auf der Straße Da Der liegt hier am Baum irgendwo hier vorne Platz hier mal hier eine Muni-Küste Ich mache es mal kurz meine Fliegen weg Okay Mit der Lootbox Wir brauchen Feuer Kein Feuer Oh, der ist schon angefangen Das ist gut Ich habe hier einmal Feuer, ich werfe es dir mal raus Hier Ja Ich werfe es auf den Gang Also der im Gang liegt Der im Weg liegt Das sind so viele Fallen hier Noch mal Feuer, wenn ihr habt Ja, bis jetzt nicht Bärenfalle hatte ich hier noch Da ist eine Laterne, aber ich hoffe jetzt da ist keine Falle von Radio Ja Ich weiß nicht, wo sie sind, aber ich habe einen Weg gefunden, wie man durchkommt Na, ich habe auch rundherum Fallen gestellt Kein Plan, wo die alle rumstehen Wo war der letzte? Der lag im Busch da vorne irgendwo Am Baum Der eine ist ausgebrannt Okay Also wenn, sind sie noch zu zweit Da hast du eine Falle hingestellt, das ist gut Ja, ich habe sie beide verbrannt Und eine brennt halt noch Ich habe den mit Fallen umgerundet, also da müsste er auch auf den anderen Tender Okay Aber hier hinter der Mauer war noch einer, den habe ich nicht gelootet Hinter der Mauer? Wo? Ah, hier, den hier Den da Den Da liegt noch einer Da ist der letzte Ah Also ist nur das andere Bounty Team drin, ne? Ich gehe mal kurz in den Vorräten, ne? Runter Ich brauche Vorräte dringend Ich platziere hier noch ein bisschen was an Fallen Hier außen so Ups, das nicht Lass das Mal da so Weil ich glaube, ah, die gehen raus, ne? Ja Da ist die Falle ausgelöst, hier ist er noch ganz okay Da haben wir ja schon einmal geholt, ne? Mhm Würde ich trotzdem noch hängen Ja Ne, die gehen raus Oh, die gehen hier nochmal zum Versorger, das wärs mal nicht, ne? Dann schaffen sie es aber nicht mehr nach oben Ich brauche dringend Munition für die Waffe, hab die Abak hat aufgesammelt, aber den hat nur drei Schuss Hm Muss man kurz schießen, nicht erschrecken Ne, ja Oh, Steffen hat Stress Ne, weil meine Munition war auf Null und deswegen konnte ich nicht nachladen Ach so Ja, das war dieser Und wenn, wenn du Null Schuss hast und sagst, ne, du kannst nicht nachladen Deswegen muss ich schießen, das andere gut War ein 30 glaube ich Ich hab 35 Ich hab 35 Chris muss als erstes nehmen Und ich hab 7 Reserve und du? Wie viel? Dann hast du mehr Die gehen raus, die kommen nicht mehr Ähm, hier ist ne Falle und im Irrgarten da drin auch Äh, wo waren die Aufwertungspunkte? Die sind weg Okay Dann passt Oh, da hab ich auch alles voll mit Fallen Dann geh ich hier rein Also Fallen hatten wir jetzt Dutzend hier Ja, dann können wir raus, ne? Mhm Dann laufe ich auch so rum, dass die Fallen stehen bleiben So, dann Da sind Auffallen Mhm Ich bin ne Musi mitgenommen, ne kurze Du? Mhm Ne Aberkrad Ne, nein Als Gewehr Aberkrad Gewehr Das wär cool Nitrodon Das wär lustig In dem Turm war nix In dem Turm war nix Okay Aber ich muss leider die 7 Punkte dann ausgeben Für was? Für Doktor Mhm Ich hab kein Doktor drin Hab ich gemerkt Eieiei Der hat alle Perks voll Oh Mann Und Doktor vergessen Das hatte ich aber letztens auch Das hatte ich aber letztens auch Mhm Aber ich hab Grenzländer drin gehabt, dadurch hatte ich genug Heilung Und beim Loosen hab ich ja eh den Kopf unten Deswegen Schön präzise Ist das ne Drum? Das wär eine ja Will Fritz Super Mhm Hat gut funktioniert Ja doch Besser als gedacht Mhm Ja Explo Macht aber Spaß den zu spielen Gibt's nicht Ha Ja 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 Ja